hey leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft im zwergreich ja was haben wir die letzte folge gemacht wir haben diamanten gefunden diamanten gefunden und eine diamantspitzhacke so wir waren letzten drei folgen in der höhle einer riesigen höhle die wir uns auch markiert haben wo wir noch mal hinkommen aber jetzt würde ich sagen fangen erst mal wieder mit der arbeit an wir brauchen direkt mal unser eisen hier raus und zack das teilen wir direkt mal auf und dann werden wir mal jede menge spitzhacken herstellen so das kann erst mal weg ja wir lassen mal zack 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 soviel spitzhacken nehmen wir mal mit das reicht eine achse tun wir mal rein und das war schon immer noch mal schlafen bergm hat die er fortschritt diamanten erreicht so leute und jetzt werden wir gleich mal unsere schicke diamantspitzhacke testen und werden uns gleich mal rein arbeiten in unseren unsere höhle ne so aber erstmal wenn wir die noch mal kaputt machen und ein paar fackeln werden wir auch noch mal setzen dass hier ein bisschen heller wird zack da brauche ich nicht setzen weil da werde ich weiter rein arbeiten so jetzt werden wir zack haben wir das erstmal wieder kaputt machen jetzt ist er kaputt und jetzt leute ach nee die diamanten ach wir nehmen die erstmal hier wollte ich eigentlich für optician oder wie das heißt benutzen aber egal das brauchen wir jetzt eh noch nicht das dauert auch bis wir das brauchen deswegen können wir so auch jetzt nutzen und gucken gut das gibt es ein paar mal zuschlagen und hier ja es geht schon schneller ne es geht schon schneller und die geht auch nicht so schnell kaputt sei schon wenn wir uns gleich nochmal einmal rein arbeiten und dann sind wir auch schon so weit dass wir unseren tunnel bauen was heißt unseren tunnel unsere vorhalle für den tunnel so leute ihr wisst glaube ich noch gar nicht was ich meine also ich habe vor wir haben uns jetzt ich habe ja festgestellt spielt ja ein bisschen den kreativmodus da brauche ich schon mal gucke ob das auch so alles passt bis statt wir uns tausend mal wieder um entscheiden müssen oder gucken ob es überhaupt klappt die spitzhacke hat auch schon ein bisschen was verloren wir haben uns jetzt vielleicht noch einmal so eine länge rein in den berg und dann wollte ich eigentlich eine große halle anfangen so ist der thron soll und so hat aber nicht gepasst von der größe weil da kommen dann jede menge andere tunnel noch wo ich mich reingegraben habe was mir nicht gepasst hat deswegen weil wir auch schon fast oben an der decke war der berg geht so und so flach ab dass wir auch nicht in die höhe kommen können also müssen wir uns gezwungenermaßen in die tiefe buddeln das ist ja auch kein problem da machen wir halt so ein riesen schacht der untergeht mit treppen mit allen drum und dran das ist ja alles kein problem so das können wir ja machen und das wollen wir werden wir auch noch weiter mache ich würde sagen das reicht jetzt erst mal wir können uns noch mal ein stück einmal rein graben das können wir noch mal schnell machen die untere reihe zumindest da ist schon wieder irgendwie hell was kommt jetzt da was dann nur so aus so zack noch einmal rüber so und dann habe er sagt jedes mal machen wir ein kleines stückchen weiter das reicht dann auch wieder so zack ein bisschen kohle das nehmen wir natürlich mit und das kohle vorkommen machen natürlich gleich nieder wir brauchen zwar jetzt derzeit nicht so viel kohle aber wenn wir es hier schon haben dann nehmen wir es natürlich auch gleich mit das ist ein riesen vorkommen so leute ich werde gerade angerufen ich mache mal kurz cut bis gleich so leute da bin ich wieder tut mir leid wegen den kleinen cut mein stiefvater ist gerade vorbeigekommen hat meine auto batterie gebraucht weil von mein auto ist die batterie jetzt nach neun jahren ist jetzt hin und das auto springt nicht mehr an das ist auch noch die allererste batterie die in den auto verbaut war deswegen ist das so ein bisschen quickie gerade so aber ich muss ja ich wollte kurz und tatatag auch wenn im erde erstmal zum zufüllen ich muss mal kurz gucken auf welcher höhe wir hier zufüllen müssen auf der höhe die höhe müssen wir zufüllen nämlich so so was wollte ich jetzt noch mal schnell weg machen und dann bauen wir gleich mal ein bisschen weiter aber ich muss sagen die diamants spitzhacke geht ab sehr schön aber es in die einsammeln weg sehr schön sagt das auch weg und das müsste dann auch reichen aber das noch weg haben reicht das erstmal hier machen wir dann die tore hin habe ich ja vor genau würde sagen dann machen wir noch mal gucken wir gucken mal kurz wenn wir das noch hier einfach weg machen das reicht dann wir machen das hier noch mal weg und ob dann machen wir einfach den raum noch mal länger und dann viereckig so das gefällt mir irgendwie nicht das müssen wir auch noch mal irgendwann bearbeiten so jetzt gehen wir erstmal hier hoch ich habe nur eine ecke gesehen die mir noch nicht gefällt das einmal die hier so und hier machen wir das auch hoch so und jetzt brauche ich mal ein bisschen erde zack 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 ich habe lange gerätselt ob ich hier einfach nur einfach nur so ein schräges dach aufbau das sieht aber dann irgendwann alles zu und eben aus deswegen schütten wir einfach das dach mit sand auf dass das so ein bisschen ihr wisst was ich meine so ein bisschen echter aussieht als wir das in den berg reingeschlagen haben also wir bearbeiten den berg schütten einfach mal wieder bisschen sand auf ein bisschen erde anspringen hoch da so zack 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 machen wir einfach direkt bisschen erde dass das alles so ein bisschen echter aussieht zack 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 die rutsche machen wir auch noch bis hier dann lassen wir mal ein bisschen frei dass das so ein bisschen so ein bisschen echt aussieht dass das nicht alles so ganz gekünstelt aussieht smaller hier nochmal hin Zack zack fack zack das können wir mal zu machen wow mehr das activate zack zu zack 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 so gucken wir uns das mal von hier hinten an so das ist doch okay könnte vielleicht noch mal da kann man auch noch mal hinsetzen da können wir noch mal hinsetzen zack 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 da kann man wenigstens noch was nützliches mit der erde anfangen so passt schon so und zack so wenn wir das hier weg machen was sie sieht sind dann eigentlich aus wenn wir jetzt ja wir machen vielleicht das hier haben wir so komplett weg lassen uns einfallen zack 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 so und hier machen wir das gleiche auch noch mal hier schütten auch ein bisschen auf zack zack so bisschen vollfüllen hier alles so zack 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 so das kann weg dann machen wir hier mal den boden die kolee graben jetzt einfach mal mit ein So, zack, zack, zack. So, und den können wir noch da raufsetzen. Setzen wir da noch hin. So, ja, sieht nicht ganz natürlich aus, Leute, aber so ein bisschen natürlich sieht es aus. So, dann können wir das jetzt hier nochmal so lang machen. Ja, das passt schon. So. Dann wollte ich eigentlich das hier auch nochmal auffüllen, wieder mit Erde. Achso, hier kommen wir ja gar nicht rüber. Machen wir das so. Geronimo. Nein, nicht die Steine. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr noch was seht. Aber eigentlich brauchen wir ja auch nicht hier alles. So, und zack, zack, zack. So, und geht denn dies hier? So, und dann können wir das auch zumachen. Man sieht es hier so ein bisschen. Das können wir auch nochmal wegnehmen. Bisschen natürlicher aus. So. Dann können wir mal zu der Seite. Alalalala. Moment, ich habe doch den Stein noch. Da können wir auch mal hier auffüllen. So, und hier kommt jetzt. Sehr schön, so können wir es auch lassen. Dann haben wir das erledigt. Das haben wir erledigt. Sehr schön. So, Leute. Ich wollte mal was gucken. Hier ist nur eins dick, ne? Hier, wenn wir uns da durchgraben. Ich wollte mal was gucken. Wir müssten wegen unserer nächsten Verteidigungswahl zack. So, und spitzhacke. So, das müsste eigentlich schon fast reichen. Und dann machen wir einfach mal den hier. Habe ich noch eine Leiter dabei? Nein, natürlich nicht. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich muss mal kurz zählen, Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gehen. Okay, das sind Leute, ich muss mal kurz sehen, wie viel wir rein dürfen. Da hinzukommen, wo ich hinkommen will. Von hier eins, eins, zwei, drei. Ja, genau. Das sind drei, vier, fünf, sechs. Ja, sechs maximal dürfen wir rein. Sechs von da. Gucken wir mal, wie viel drin sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann dürften wir nur machen wir mal so. Wie breit ist denn das? Das müsste auch nicht bereit genug sein. So, das passt. Dann machen wir das noch weg. Hier werden wir auf jeden Fall nächste Woche weiterarbeiten. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wir nächste Woche ein zu einer weiteren Let's Play Folge Minecraft im Zwergenreich. Es würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. dann mach uns. Vielen Dank.